Hallo ihr Lieben, ich bin in euer aller Lieblingsladen, in unser aller Lieblingsladen und ich wollte eigentlich gar nicht drehen, aber ich muss euch die hier zeigen. Es gibt neue Diamond Painting Bilder und richtig schöne und ja, die wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, weil ich weiß ja, dass viele von euch gerne Diamond Painting machen. Ich bin ja auch so eine, die das gerne macht und ja, hier sind so einige. Dann super, super niedlich. Ich habe diese Dinger noch nie gesehen bei Action, also müssten sie eventuell neu sein. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn die schon älter sind, aber ich fand die ja super süß. Ich habe ja auch das Häkeln für mich so ein bisschen entdeckt und ich muss sagen, ich finde die halt ober cool, gerade für Anfänger mit so einer Anleitung zu machen. Ich weiß, ganz viele Häkler, die das schon lange machen, kommen damit nicht so klar. Aber wieder andere, die jetzt so anfangen wie ich, kommen mit den Anleitungen ganz gut klar. Das ist halt bei jedem unterschiedlich. Und dann habe ich die hier noch gesehen. So eine Musikboxen, die fand ich ja ultra cool. Also ja, da bin ich ja totaler Fan von. Also ich glaube, da werde ich mir auch eine oder zwei mitnehmen. Mal gucken. Aber die fand ich ja richtig cool und vor allen Dingen für den Preis. Also ich finde das unglaublich schön, wenn man die noch so lässt. Ich stehe ja total auf Holzsachen. Also musste ich euch unbedingt zeigen. Dann habe ich noch gesehen, diese Häuschen, Miniature-Läden quasi. Also hier so ein Foodtruck. Also alles so ein bisschen neuer Bastelkram für Beschäftigung für die Winterzeit wahrscheinlich. Und ich dachte, ich zeige euch die mal schnell. Und hier noch so ein Seifenshop. Also wer sich daraus eine ganze Stadt baut, das ist natürlich echt toll. Das ist so ein Puppenhaus-Style-mäßig, ne? Alles so klein und süß und ach, very, very nice. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Und ja, dachte ich, zeige ich euch. Dann sind momentan, also zumindest in unserem Action, wieder die Feinliner verfügbar. Also gerade, ich zeichne ja sehr, sehr gerne. Und wenn ich koloriere, brauche ich auch mal so eine dünnen Stifte. Und da haben sie zwei Varianten. Ich habe mir jetzt auch beide mitgenommen. Wenn ihr da einen Test sehen wollt oder so, dann schreibt es mal in die Kommentare. Weil die finde ich persönlich so cool. Und ja, 0,3, 0,5, das brauche ich meistens zum Leinen. Wenn ich Bilder, ja, quasi erst zeichne ich ja mit Bleistift und dann male ich die nach. Ja. Und dann gab es hier noch ein paar Stanzen. Da weiß ich jetzt aber nicht, ob die neu sind, weil ich da absolut nicht mehr auf dem Stand bin, da ich mir selber ja keine Stanzen mehr großartig hole. Auf alle Fälle wollte ich euch die mal zeigen, weil die ganz niedlich sind. Also ob das hier so eine Stadt ist oder die haben ja auch so eine Unterwasserwelt wieder oder einen Zug oder so. Also da sind ganz niedliche Sachen bei. Wer das mag, auf alle Fälle hin zum Action, wenn es die Neuen sind. Und falls nicht, sorry, seht es mir bitte nach. Ja, und das ist auch eigentlich schon alles, was wirklich extrem neu ist. Mehr habe ich nicht entdeckt. Ich danke euch aber fürs Einschalten. Wenn ihr was genauer sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal.